In diesem Photoshop Workshop möchte ich einmal verschiedene Varianten zum Scharfzeichnen aufzeigen. Und hier ist zu sagen, ich habe nicht eine bestimmte, die ich immer verwende, sondern je nach Syche habe ich teilweise auch unterschiedliche Filter oder Scharfzeichnungsmethoden, die ich einsetze. Beginnen wir einmal mit den Grundlagen, wann wird denn eigentlich geschärft? Als erstes ist hier wichtig zu sagen, ein Bild muss auf jeden Fall zuerst interpretiert sein. Das heisst, Kontrastdynamik, Farbigkeit, Helligkeit und so weiter müssen angepasst sein. Danach werde ich in der bestmöglichen Auflösung mein Bild dezent schärfen, sodass es für alle Ausgaben noch zu verwenden ist. Und dieses Bild lege ich dann in mein Archiv ab. Dann kommt der nächste Schritt und mein Bild wird zum Beispiel gelayoutet, ein Ausschnitt wird verwendet, eine Auflösung wird angepasst für die jeweilige Ausgabe. Und wenn das alles definiert ist, dann kommt eine weitere Schärfung hinzu. Mein Wunsch wäre natürlich irgendwann, dass das ausgabeseitig in einer Druckspooler-Queue irgendwann getätigt würde. Es gibt solche Workflows, aber heutzutage ist es noch so, dass die meisten Anwender ein Bild dann schärfen, wenn sie es gelayoutet, einen Ausschnitt bestimmt haben und zum Beispiel wie hier in diesem Fall im Schritt 3 für eine Zeitung eine Schärfe anbringen müssen. Da ist zu sagen, es wird wahrscheinlich jedem wehtun, wenn er an einem Monitor dieses Bild sieht, welches für die Zeitung geschärft ist. Aber überlegen Sie sich, eine Zeitung, ein Zeitungspapier ist wie ein Fließpapier und wenn man da ein Bild platziert, dann ist die Schärfe sehr schnell weg. Und aus diesem Grund überschärfen am Monitor für Zeitung, ganz wichtiger Punkt. Aber dann kann dieses Bild, wenn es direkt ins Bild verrechnet wird, für zum Beispiel Kunstdruck nicht mehr verwendet werden. Die erste Variante, die ich zeigen möchte, ist der eigene Filter. Und bei diesem Filter handelt es sich um eine sogenannte Faltung. Wir haben hier einen zentralen Quellpixel und darum herum Koeffizienten. Ich werde diesen Filter dann im Wesentlichen im Detail versuchen zu erklären. Es ist einfach so, dass dieser Filter die Basis von so manchem Filter ist, welcher im Photoshop zum Zug kommt. Mit diesen 25 Koeffizienten, die man hier einrichten kann, kann man so ziemlich alle Effekte erzeugen in einem Bild. Also man kann Reliefs, Konturen und so weiter auch weichzeichnen mit diesem Filter, ist möglich. Also er dient nicht nur zum Scharfzeichnen, ist aber gerade bei einer solchen Türe, wie Sie sich hier rechts nebenstehend sehen, sehr, sehr gut einsetzbar. Als nächstes haben wir den Hochpassfilter. Dieser Filter braucht ein, zwei Schritte mehr. Aber hier können wir mit verschiedenen Ebenenmodi oder Blendenmodus, können wir bei verschiedenen Sujets ganz gute Schärfeeffekte erzielen. Die wohl bekannteste Variante, die Variante 3, unscharf maskieren. Da möchte ich auch im Detail nochmals dieses Werkzeug aufzeigen und erläutern, welcher Schieberegler welche Funktion hat und was er bewirkt. Und da ist der Name unscharf maskieren oft ein grosses Fragezeichen. Ich möchte ja scharf zeichnen. Das kommt noch aus der analogen Reprofotografie. Und da möchte ich auch noch eine Erklärung zu diesem altherkömmlichen, aus der analogen Fotografie stammenden Ausdruck aufzeigen. Vierte Variante, selektiver Scharfzeichner. Dieses Werkzeug, das setze ich eigentlich am meisten ein, weil es sehr intuitiv und gut bedienbar ist, kommt es bei mir oft zum Zuge. Diese Methode kann ich auf eine grosse Zahl meiner Bilder anwenden und ich erreiche ein sehr gutes Resultat damit. An dieser Stelle möchte ich noch auf die nicht destruktive Schärfung mit Smart-Objekt eingehen. Da ist hauptsächlich zu betonen, wenn man mit Smart-Objekten arbeitet, bitte achten Sie auch auf die Dateigrösse Ihrer Dateien. Wenn ich mit Smart-Objekten arbeite, dann wird die Datei um ein wesentliches grösser. Wenn man ein paar Megabytes hat, macht das vielleicht nicht viel aus, hat man aber ein 200-300 Megabyte Bild, dann kann das schon ziemlich ins Gewicht fallen, wenn ich mit Smart-Objekten arbeite. Da frage ich mich, lohnt es sich nicht, eine Kopie meines Originals zu machen und dann dieses einfach speziell geschärfte Bild als Kopie abzulegen und zu layarten. Macht unter Umständen das InDesign auch ein bisschen schneller. Fazit zum Schärfen, ich möchte dann zum Schluss einfach nochmals die wichtigsten Punkte zusammenfassen und ich wünsche Ihnen nun viel Spass mit dem Workshop Scharfzeichnen in vier Varianten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.